Wir sind in der Welt, wir sind in der Welt, wir sind in der Welt. Wir sind in der Welt, wir sind in der Welt. Diese rassistische Land, diese diskriminierten Land, ist jetzt praktisch in Krisen. Man muss sich vorstellen, Venezuela hat 30 Millionen Anwohner, ein kleines Land. Gegenüber USA mit mehr als 300 Millionen Anwohner. Ich bin eine riesige, riesige, riesige Armee gegen Venezuela. Ein Flugzeugträger hat keine Chance gegenüber Venezuela. Und was macht die Europäische Union? Was macht Deutschland? Die macht mit. Die macht mit dieser sehr gemeinde, diese gemeinde Art und Weise und Politik gegenüber Lateinamerika zu machen. Was ist eigentlich Demokratie? Meine Damen und Herren, was ist Demokratie? Eine Ware, die du bei mehr Geld hast, kannst du kaufen? Oder eine Sache, dass du mehr Waffen hast, mehr Medien hast, kannst einfach... Merkel. Was ist Demokratie? Wir wissen, was ist Demokratie in den USA. Demokratie ist das Recht der Stärker. Der nur der Stärker hat, das Recht zu überleben. Das wissen schon. Das ist eine falsche Demokratie. Aber die gebildete Europa, hier haben Krieg, wie irgendwo in der Welt gemacht haben. Die haben Europa gegenseitig geschossen, getötet und so weiter. Millionen getötet. Wir wissen schon, was die Faschisten hier gemacht haben. Okay, Europa hat gelernt. Aber jetzt, vergesst langsam das. Und macht mit, mit dieser kriminellen Außenpolitik, die die USA macht. Nicht nur in Europa. Nicht nur im Mittelosten, sondern in Lateinamerika. Was wollen wir eigentlich gegen Venezuela? Wir wollen... Keine Krieg mehr in europäische Borden. Keine Komplizität mehr mit diesem Krieg für USA, nur im Geschäft. Keine Krieg mit Russland und Lateinamerika, die echte Unabhängigkeit zu anerkennen. Die Europäische Union und Deutschland mit. Muss, soll die Anerkennung, die morgen parlamentarische Welle in Venezuela. Das Land der Inka. Gold. Aha. Jetzt kommt ein bisschen Avocados. Banana? Ah, nee. Banana kommt aus Ecuador in Guatemala. Also. Die will etwas besser machen. Und andere die will... Das ist eine faschistische Stronung. Das ist der Kampf, den in der EU jetzt stattfindet. Die Sekretärin General des Partits. Flor de Maria González Uriola, Nuestra Fluor Roja, Logro en el poco tiempo que ejerce... Conjuntas que enfrentaron a las tendencias fascistas Que se quisieron imponer en el Perú en la década de 40 a 50. Pero sobre todo, de haber apoyado resueltamente al único régimen, El régimen militar del 68 al 75. Esos son cosas que tenemos que reconocerles. Hecho un acto saludable de sacar a 15 generales de la policía. Señores, amigos... Lo que representa la mayoría del congreso que está queriendo vacar a la presidente Zagasti. Los empleados en el sector de la agroexportación, En donde a la gente, al obrero, Le hacen trabajar 12, De 10 a 12 horas diarias, Por un salario de 30 soles, Por lo que significa 9 dólares diarios. Imaginen ustedes, Sin derechos, Sin derecho real a la salud, al bienestar. La policía corrupta y mafiosa, Ya el gobierno de Zagasti es un izquierdista. Imaginen ustedes. Nosotros tenemos que reconocer Que es la lucha del pueblo La que ha tumbado esta ley Que no fue promulgada en el gobierno de Vizcarra. No.